So, dann fangen wir jetzt an mit der Mobility Routine. Wie gesagt, mach die am besten wirklich vor jedem Workout. Sie dauert gar nicht so lange, die anderen Workouts werden ungefähr 15 Minuten dauern. Wir werden jetzt hier ungefähr 5 bis 8 Minuten uns so ein bisschen warm machen. Am bequemsten ist es wirklich, wenn du dir eine Yogamatte unterlegst, weil wir ein bisschen am Boden arbeiten werden. Und wir gehen jetzt erstmal runter auf die Matte, setzen uns hin, legen uns auf den Rücken und winkeln erstmal die Knie an. Und wir machen den Rücken ganz bewusst ein bisschen rund, um auch die untere Rückenmuskulatur mal so ein bisschen auseinander zu ziehen. Dann streckt ihr die Knie einmal so ein bisschen nach vorne und fasst mit den Händen um die Knie und zieht die Schulterblätter mal so richtig auseinander. Oder dann wieder den unteren Rücken. Dann nochmal die Schulterblätter. Und dann legt ihr die Hände links und rechts neben euch ab. Lasst die Knie angewinkelt, möglichst die Fersen eng Richtung Po aufgesetzt. Und dann lehnen wir die Knie abwechselnd von links nach rechts auf dem Boden ab. Führt das schön langsam aus, dreht einfach immer über die Ferse von links nach rechts. Und habt das Gefühl dabei, dass sich die Hüfte nicht mitdreht. Dass die Hüftknochen immer in einer Position bleiben, unabhängig von eurer Kniebewegung. Dass die nicht mitwackeln. Bei wem es jetzt schon mal ein bisschen geknackt hat in der Wirbelsäule, keine Angst, das kann passieren. Aber genau deswegen machen wir das. Wer viel sitzt, da wird sich das Kreuz-Darm-Bein freuen, wenn es sich danach so ein klein bisschen lösen kann. Das haben wir jetzt ein paar Mal gemacht. Jetzt stellt ihr die Knie auf, macht ein Bein lang, ich nehme jetzt das linke. Nehmt die diagonale Hand zum Knie und legt das Knie vorsichtig und langsam einmal seitlich über das andere Bein rüber. Erstmal nur so weit wie es geht, wenn ihr merkt, es fängt an zu ziehen, eventuell hier ein bisschen in der Pobacke oder hier im Bereich des unteren Rückens, dann ist das in Ordnung. Lasst den anderen Arm lang ausgestreckt. Und lasst das Knie einfach mal so ganz langsam Richtung Boden gleiten. Sehr gut. Wieder zurück in die Ausgangsposition. Jetzt machen wir das Bein lang und machen genau dasselbe mit dem anderen Bein. Langsam über die Seite drehen. Den linken Arm oder der Arm, der lang ist, möglichst auf dem Boden lassen. So, jetzt hat es auch bei mir geknackt. Und wieder zurück in die Ausgangsposition. Dann setzt ihr euch auf und dann dreht ihr euch aus der Sitzposition in eine kniende Position. Legt euch ab. Stellt die Hände links und rechts auf Höhe eurer Schultern auf. Nehmt das linke Bein, winkelt das Bein an und legt es einmal über das andere Bein drüber. Schaut, dass ihr am Oberkörper nicht zu sehr mit zur Seite mitrutscht. Deswegen stellen wir die Arme auf, damit ihr hier stabil bleibt. Und dann wechseln wir einmal die Seite, rechtes Bein, ein bisschen anwinkeln und über das andere Bein drüberlegen. Das machen wir jetzt noch zwei, drei Mal im Wechsel. So. Dann drücken wir uns hoch, gehen in eine kniende Position und dann machen wir ganz klassisch den Rücken einmal so richtig schön rund. Und gehen jetzt ins andere Extrem, drücken den Rücken ganz kontrolliert und bewusst durch und gucken auch ganz leicht zur Decke. Machen wir den Rücken wieder rund. Und gehen wieder bewusst ins Hohlkreuz und machen den Rücken dann einmal wieder rund. Zum Schluss könnt ihr euch ruhig einmal so lang machen, mit der Hüfte ein bisschen hin und her wackeln. Die Schultern ein bisschen nach vorne und nach hinten schieben. Sehr, sehr gut. Jetzt gehen wir aus dieser Position direkt in eine Art Ausfallschritt. Wir lassen das linke Bein vorne, machen das rechte lang zurück und setzen beide Hände neben unserem Fuß auf. Achtet dabei, dass ihr mit dem ganzen Fuß auf den Boden aufsetzt, nicht mit dem Knie über die Fußspitze drückt, sondern schön gerade in der Flucht hier das Bein haltet und haltet die Position ein bisschen. Das rechte Knie ist noch nicht abgesetzt, das machen wir aber jetzt. Wir setzen das Knie am Boden auf, richten uns auf. Das Bein, was auf dem Boden aufsetzt. Wir nehmen den parallelen Arm und strecken ihn weit nach hinten aus, so weit wie es geht. Der Arm sollte hinter eurem Ohr sein. Und jetzt drückt ihr die Hüfte bewusst nach vorne. Es ist ganz wichtig, dass wir hier den Hüftbeuger mal aufdehnen. Es sind viele Menschen, die viel sitzen während der Arbeit, dabei ist dieser Bereich sehr, sehr stark verkürzt und dehnen wir so auf. Wir können auch noch mit der zweiten Hand die andere etwas nach hinten ziehen. Und dann setzen wir die Hände wieder auf, nehmen das Bein nach hinten und setzen das andere Bein neben unseren Händen auf und halten auch hier die Position wieder für einen Moment. Wir dehnen damit die Beinrückseite auf. Und bringen auch schon Stretch auf diesen Bereich hier, wieder auf den Hüftbeuger, den wir jetzt gleich nochmal ganz gezielt aufdehnen. Alles klar, wir setzen das Knie ab. Und jetzt nehmen wir den linken Arm, strecken ihn weit in die Überstreckung bis hinter das Ohr, drücken die Hüfte bewusst nach vorne. Es darf jetzt ruhig hier ein bisschen ziehen, das ist ganz normal. Und nochmal mit der anderen Hand richtig schön nach hinten ziehen, öffnen. Sehr, sehr gut. Wir stehen auf, stellen uns ein bisschen breiter als Hüftbreit hin. Die Fersen bzw. die Zehenspitzen zeigen leicht schräg nach vorne und jetzt gehen wir in eine Hockposition. Ihr werdet merken, ihr werdet nach und nach, je öfter ihr das macht, immer tiefer kommen. Irgendwann werdet ihr so tief kommen wie ich, dass eure Oberschenkelhinterseite eure Waden berührt. Jetzt geht ihr hin, verschränkt vor euch die Hände und drückt mit den Ellenbogen gegen eure Knie, so dass ihr richtig Dehnung auf die Innenseite eurer Oberschenkel bringt. Und irgendwann wird diese tiefe Hockposition gar kein Problem mehr für euch sein. Wenn ihr erstmal nur in diese Position kommt, ist das auch kein Problem. Ihr werdet aber merken, ihr werdet immer beweglicher. Sehr, sehr gut. Jetzt haben wir den Unterkörper schon etwas vorbereitet. Jetzt nehmen wir uns das erste Mal auch unser Handtuch mit dazu. Und wir nutzen das, um jetzt unsere Rotatorenmanschette, also den Bereich der Schulter und Schlüsselbeine zu mobilisieren. Fassen das Handtuch, das ist jetzt ein kleines Badehandtuch, und wir rotieren damit erstmal vor unserem Körper. Stellt euch vor, dass das Handtuch eigentlich eine feste Stange ist. Falt nicht zusammen mit dem Arm, sondern haltet es immer auf Spannung, zieht es ganz bewusst auseinander und kreist damit vor eurem Oberkörper. Bis hier immer seitlich parallel. geöffnet seid, das öffnet diesen Bereich hier wirklich vom Ansatz bis über den Latissimus bis in den Trizep. So, und wenn ihr es schafft, um die Schulter noch mehr aufzuwärmen, rotieren wir jetzt einmal mit mit dem, mit dem, mit den Armen komplett hinter den Körper. Wenn ihr das schafft, lasst das Handtuch gerade auf Spannung und rotiert dann hinter den Körper. Wer die Bewegung noch nicht ausführen kann, weil es ist nicht jeder sofort gleich so mobil in der Schulter, der kann auch einmal die Bewegung mit dem angewinkelten Arm einmal ausführen. und dann halten wir erstmal die Position und bringen etwas Überstreckung auf die Brustmuskulatur und auf die Schultermuskulatur. Die vordere Schulter wird dabei aufgedehnt, unser Brustkorb. Wenn wir sehr viel vorm Rechner arbeiten, ist man oft in so einer eingesackten Position. Und mit dieser Dehnung öffnen wir die Brustmuskulatur und bringen Stretch auf diesen Bereich. Sehr, sehr gut. Ich würde sagen, wir haben uns gut aufgewärmt. Jetzt sind wir etwas gelockert, mobil und schon ein bisschen warm. Und jetzt steigst du einfach in das Workout ein, was heute bei dir auf dem Trainingsplan steht. Und jetzt sind wir etwas gelockert.